Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest zu einer weiteren Ausgabe der ÖPNV News. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben von allem irgendwie was zu berichten. Deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt mit den News. Ein neues Bild ist im Forum aufgetaucht von Lotus und zwar von Projekt Bremen. So sieht man hier auf dem Bild den GT8N-1 der Bremer Straßenbahn AG. So heißt es aktuell. Für die Umsetzung waren wir im März im Rahmen einer Aufnahmefahrt im Bremer Straßenbahnnetz unterwegs und haben ausreichend Bildmaterial erstellt. Der genaue Future-Umfang des Fahrzeugs wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Beachtet bitte, wir planen den Release des Edons nicht vor 2022, auch keine abgespeckte Alpha- oder Beta-Version. Zu Lotus Bremen ist aktuell bekannt. Unser Ziel ist eine realitätsnahe Umsetzung der Straßenbahnlinie 6, welche zwischen dem Bremer Flughafen und der Universität verkehrt. Auf diesem Weg liegt das BSAG-Zentrum in der Neustadt, die Bremer Innenstadt mit dem Knotenpunkt Domsheide City und dem Hauptbahnhof. Auf der anderen Seite des Bahnhofs liegt das Messezentrum und die Bürgerweide. Im Stadtteil Schwachhausen durchquert erreicht die Linie 6 den Technologiepark und die Universität. Nicht vor 2022 erscheint dieses DLC. Wir werden euch dementsprechend natürlich auf dem Laufenden halten. Aktuell gibt es auch weitere Bilder von Tene, welche hier für den Lotus-Simulator ein Solo-Bus zeigt. So heißt es, gebaut von Tene für Lotus-Simulator, aktuelle Bilder im Lotus-Forum. Wann dieser erscheint, ist noch nicht bekannt. Wenn wir mehr wissen, erfahrt ihr selbstverständlich hier bei uns mehr. Auf jeden Fall hatte man dieses Modell schon mal in Wilmingen gesehen. Dort allerdings nur als Szenerieobjekt, jetzt als fahrbares Objekt. Wie gesagt, wenn es erscheint, erfahrt ihr es natürlich hier bei uns. Und bleiben wir immer noch bei Lotus. Hier gab es auch noch einen weiteren Bus. Und zwar handelt es sich hier um einen Mercedes-Benz Citaro 2. Drei Türer, Step 3 in der BLT-Ausführung. Offensichtlich noch VIP, so heißt es aktuell im Lotus-Forum. BLT steht hier für Baseland Transport AG. Und wie ihr schon sehen könnt, handelt es sich hier um den C2, der zwischen 2003 und 2020 aktuell in der Baseland Transport AG fährt. Der Bauer ist Evo-Bus. Anzahl der Fahrzeuge gibt es insgesamt 48. Die Länge beträgt hier knapp 12 Meter und die Breite knapp 2,5 Meter. Und die Kapazität sind hier bei 90 bis 100 Plätzen. Das alles haben wir mal schnell mal in der Baseland Transport AG auf der Website mal rausgefunden. Es handelt sich hierbei natürlich um einen realen Bus. Wann dieser erscheint, ist allerdings noch nicht bekannt. Wir gehen aber davon aus, da das Ganze immer noch im Blendermodell ist, dass es noch ein bisschen warten wird. Wir halten euch aber auch hier wieder auf dem Laufenden, aber den Post packen wir euch unten in der Videobeschreibung mit rein. Wir hatten euch ja vor einigen Zeit mal hier über das Projekt von Projekt Potsdam berichtet, der aktuell ja an einer BVG-Mod für den eCitaro arbeitet. Auch weiterhin arbeitet er da dran und hat uns ein paar Bilder zugeschickt. So könnt ihr sehen, wie der Bus irgendwann mal aussehen wird, könnte, wenn dieser denn erscheint. Aktuell ist immer noch nicht geplant, diesen zu veröffentlichen, da es hier seitens von Darius Bode eine Absage gab. Wir werden weiterhin forschen und gucken, wie wir das Ganze umsetzen können. Vielleicht nochmal ein Gespräch mit Darius Bode suchen, um vielleicht diese Mod eventuell doch noch zu veröffentlichen. Allerdings gibt es hier noch Lizenzprobleme. Ob diese Mod halt wirklich erscheint, können wir hier noch nicht sagen. Allerdings finden wir das eine starke Sache, dass Projekt Potsdam sich von diesem Ganzen nicht unterkriegen lässt und wenn er den nicht veröffentlichen kann, dann fährt er ihn halt selbst. Wir werden euch, wie gesagt, aber weiterhin auf dem Laufenden halten und wenn es dort mehr gibt, schaut doch mal am besten einfach mal im Discord von Projekt Potsdam vorbei. Den Link packe ich euch wieder mal in die Videobeschreibung mit rein. Und ein neues Projekt dürfen wir heute auch ankündigen. Und zwar handelt es sich hierbei um das Projekt Petersburg-Merseburg. Das Projekt Petersburg-Merseburg ist ein fiktives Langzeitprojekt, was die grüne Stadt Petersburg mit der Ostseestadt Merseburg verbindet. Das Projekt wird über mehrere Teile aufgeteilt. Petersburg ist eine in die Breite gezogene Stadt mit rund 230.000 Einwohnern und einem guten öffentlichen Personennahverkehr. Größtenteils fahren in Petersburg die Stadtwerke Petersburg mit ihren Bussen und Bahnen. Sie betreiben täglich zwölf Tramlinien und unzählige Buslinien. Es gibt unter anderem einmal den Stadttramverkehr der Linien 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 und 48, sowohl der Regiotrambetrieb der Linie 50, 51, 52 und 55, die die umliegenden Dörfer Bischdorf, Bruckendorf, Petershausen und Raideburg mit Petersburg verbinden. Große Umstiegsmöglichkeiten in Petersburg sind unter anderem der Hauptbahnhof, Marktplatz, EPE, Erster Petersburger Einkaufszentrum, Adenauerplatz, Rennbahnkreuz, Wasserturm Wilhelmshöhe, Südstadt, Riebeckplatz, Frankenplatz, S-Bahnhof Messe, Messe Bahnhof. Aktuell im Fuhrpark sind hier drin. Der Fuhrpark besteht aktuell aus MGT6D und KT4D als Trams und folgende Busse. Citaro C1, C2 sowie aus Citaro Facelift bzw. Citaro GDH. Dann gibt es noch MAN Line City A20, A21, A23, A25, A27 sowie A40, Solaris Urbino 12 und A18 dürfen natürlich hier auch nicht fehlen. Wir arbeiten aktuell seit fast zwei Jahren und drei Versuchen an dem Projekt. Die Bauzeit der jetzigen Zeitpunktes sind circa vier bis sechs Monate. Wir versuchen, das jeden Monat ein neues Volume rauszubringen und sind deshalb stets bemüht, zügig und sauber zu arbeiten. Es ist alles freiwillig und noch kostenlos. Also bitten wir um Verständnis, das zu berücksichtigen. Euer PPM Team. Drei Versuche insgesamt, anderthalb Jahre Versuch, drei Bauzeiten, circa sechs Monaten und das Team bleibt vorher erst noch unbekannt. Und nicht nur das, es wird hier auch ein bisschen was gesucht. Also wenn ihr mal schon mal an einem Projekt mitarbeiten wollt, dann könnt ihr gerne euch hier mal bewerben. Und zwar werden aktuell Beta-Tester gesucht. Du möchtest ein Beta-Tester vom Projekt Petersburg-Merseburg werden. Dann musst du bitte eine E-Mail mit deinem Vornamen und deinem Discord-Namen an die E-Mail-Adresse schicken, die ich euch unten in die Videobeschreibung verlinke. Und in der E-Mail muss noch bitte angegeben werden, wie lange du schon Omzi 2 spielst und ob du folgende Allons besitzt, Berlin X10 und NF6D. Was aber auch nicht fehlen darf, ist, warum du ein Beta-Tester werden willst. Wir werden uns dann bei dir melden, so heißt es. Und nicht nur das wird gesucht. Aktuell suchen sie auch noch Ansagensprecher. Wir suchen dich. Du kannst gut Ansagen einsprechen. Dann bist du hier richtig. Das Projekt Petersburg-Merseburg sucht Ansagensprecher. Du möchtest dich bei uns bewerben. Dann folge einfach den Schritten. Du schreibst deinen echten Namen. Vornamen reicht. Dein Alter und deinen Discord-Namen in eine E-Mail und sendest diesen mit ein paar Testansagen. Wären vorteilhaft. Und schickst diese mit der Testansage an der folgenden E-Mail-Adresse. Auch diese, wie gesagt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr, wie gesagt, euch gerne mal melden. Und falls ihr denn da genommen werdet, dann wird sich das Team bei euch melden. Wir freuen uns sehr auf das Projekt. Wir werden uns natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten, sobald es hier wieder neue Informationen gibt. Dementsprechend bleibt gespannt, wenn es hier neue Neuigkeiten gibt. Train Sim World hat wieder ein paar neue Bilder veröffentlicht. Auf der Seite von Dovetail Games. So heißt es. Neue Screens vom Dashboard der neuen Züge für Train Sim World 2. Diese wurden jetzt auf der offiziellen Seite von Dovetail Games vorgestellt. Zu sehen sind Dashboard vom ICE 3M, dem Stock 1972 und dem CEX Heavy Hool. Den Link packen wir euch natürlich in die Videobeschreibung. Da gibt es auch noch ein bisschen Text, was ihr euch durchlesen könnt. Wäre natürlich vorteilhaft, denn bald ist es soweit. Bald erscheint Train Sim World 2. Wir freuen uns da sehr, sehr drauf. Dementsprechend alle dort Informationen werden instant einfach inhaliert. Ah, GBE meldet sich wieder zurück mit einem neuen DLC. Der letzte ist jetzt erst vor einige Tagen erschienen. Und jetzt kommt das nächste. GBE kündigt sein nächstes Add-On an mit dem Titel Kiel Flensburg. So steht es zumindest in den Kommentaren unter diesem Post. Laut Entwickler bestätigt er diesen Kommentar, dass es sich hierbei um Kiel Flensburg handelt. Allerdings müssen sie erst mal um das Problemkind Vogelfluglinien sich kümmern, da sich dort viele Fehler auffinden lassen. Ihr selbst sind da auch schon eingetappt. Die Aufgaben sind teilweise unlösbar, da Haltepunkte falsch gesetzt sind. Wir haben den Entwickler bereits angeschrieben, aber hier kam die Antwort, man sammle noch mehr Fehler, um denn einen großen Patch zu veröffentlichen. Man präsentiert allerdings schon das neue Projekt. Wie das Ganze da ausgeht, werden wir euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten, wie es weitergeht mit GBE. Auch der Tourist-Bass im Monat bekommt ein neues Update. Update 8 ist jetzt nun da. Ihr dürft euch auf so einiges freuen. Wir haben weiter die Performance verbessert. Die Eingaben von Fanatic-Geräten funktionieren nun korrekt. Die Unterstützung für den Tobi Eye Tracker und ein vollkommen neues Licht- und Landschaftssystem wurden hinzugefügt. Den kompletten Change-Log findet ihr auf Steam. Unter anderem, wie gesagt, die Geräte, die jetzt bewegt worden sind. Man hat, wie gesagt, die Performance verbessert. Crashs beim Radiosenderwechsel wurden jetzt gefixt. Wetterbugs wurden gefixt. Neue Landschafts- und Beleuchtungssysteme implementiert. Fehler der Level-Lots wurden behoben, wie zum Beispiel fliegende Objekte, UFOs, Bushaltestellen am Pleier. Delos Matos wurden jetzt überarbeitet und so weiter und so fort. Auch haben die ganzen Busse hier bereits wieder mal neue Updates bekommen. Unter anderem der MAN Line Intercity, der Neoplan Skyliner, der Scania Touring, der Comfort-Class BB40 und der letzte W906 hat auch noch ein Update bekommen. Das Ganze, wie gesagt, lädt Steam ja automatisch runter. Aber wenn ihr die kompletten Change-Logs euch mal angucken wollt, in der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu. Und jetzt kommen wir zu unseren ausländischen News. Auch da gab es wieder mal einiges zu berichten. Dementsprechend würde ich sagen, weiter geht's. Unter anderem gibt es jetzt hier ein neues Bild von BKG. Wird sie jetzt ein neues Bild veröffentlicht haben von einem Bus. So heißt es, der Pullback-Entwickler BKG Studios hat nun angekündigt, dass der Volvo B5TL MCV Evo City auch seinen Weg ins Spiel finden wird. Die in Olympus Pullback Reasers in 2016 ersetzen den Bus. Und dieser wird in folgenden Varianten mitgeliefert. Drei Open-Top-Varianten, drei Varianten mit geschlossenem Dach und sechs Varianten mit abnehmbaren Dach. Hier auf dem Bild seht ihr den ersten Entwurf aus Blender raus. So heißt es aktuell dort. Weiter geht's mit dem Master Bus. Auch hier gab es wieder mal Neues zu berichten. Nun wurde für den Master Bus Gen 3 bekannt, dass die HEV-Version nun auch als Dual-Door-Version mitgeliefert werden soll. Diese Version hat die neueren Sturz-Front. Zwei Türen und ein Start-Stopp-System. Zum Vergleich, hier seht ihr den Bus mit der klassischen Gemini 3-Front. Wird schon im Ride-Bus-Streetlight bzw. Studio-Polygon-Light schon sehr ähnelt. Wir mussten allerdings hier ein Video nehmen. Ihr seht das Ganze dementsprechend. Den vollständigen Video-Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Das Video ist doch ein bisschen lang. Die können wir jetzt hier natürlich in den News nicht ablaufen lassen. Wenn ihr euch das Ganze mal angucken möchtet, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung gibt es mehr davon. Insgesamt sind es sogar zwei Video-Links. Bei dem einen wird das Ganze nochmal gesprochen. Und hier seht ihr so ein bisschen Musik und ein bisschen Film. Gehen wir weiter zu Polygon-DLCs. Hier gab es nämlich auch was. Beim Ride-Bus-Streetlight bzw. Studio-Polygon-Light-DLC wurden folgende Sachen am Fahrerarbeitsplatz verbessert. Die Fahrertür wurde erneuert. Diese hat nun einen Fahrplanhalter. Veränderte Seitenleuchten und Türenleuchten. Mehr Ventilatoren. Schlitze wurden jetzt hinzugefügt. Da, wo die Lüfter sitzen, die Schlitze, die Luftschlitze, die wurden jetzt hinzugefügt. Dashboard, Verstellknopf, neu texturiert. Und es gab sogar neue Pedalen. Den vollständigen Link packe ich, wie gesagt, euch auch hier wieder unten in die Videobeschreibung mit rein. Da könnt ihr euch das dementsprechend mal nachlesen. Das Ganze, wie gesagt, ist auf dem Discord. Falls ihr den Studio-Polygon-Bus gut findet, dann solltet ihr sowieso dort mal vorbeischauen auf dem Discord. Denn dort werden alle neuesten News zu den Bussen permanent veröffentlicht. Weiter geht's mit Yorkshire. Auch hier hat man sich mal wieder zu Wort gemeldet. Unter anderem heißt es jetzt, bei Yorkshire gibt es viele neue Infos zu den neuen Updates, die erscheinen werden. Als allererstes zu erwähnen ist, dass das Team von Yorkshire nun mit dem Ticket-Automater-Hersteller Ticketer und dem durch das Gen3-Pack und Masterlight-Pack bekannt gewordenen Entwickler Master Switch Studios kooperiert. Des Weiteren wurden für die V3 schon erste Screenshots vom neuen Depot veröffentlicht, welche eine eigene Waschanlage, Tankstelle, Depot, Umläufer hat und Bürogebäude. Die Einfahrt und die Ausfahrt sind in der Nähe eines Industriegebiets. So heißt es aktuell. Wir sind ein großer Fan von Yorkshire. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wenn es da mal richtige Bilder dazu gibt. Dann werden wir euch die auch hier präsentieren können. Allerdings handelt sich es bei Hiba jetzt erstmal nur um ein kleines Repaint-Bild von Yorkshire. Wir werden euch, wie gesagt, aber weiterhin auf dem Laufenden halten, wenn natürlich das neue Update erscheint für Yorkshire. Dementsprechend bleibt weiterhin gespannt, wenn euch die Karte ebenso interessiert. Und zu guter Letzt haben wir noch was von Ilford & District. Als einen kleinen Nachtrag zu den letzten News, die Karte Ilford & Districts wurde umbenannt zu Ilford & Districts, da die Karte jetzt teilweise fiktiv gestaltet wurde. Einen aktuellen Screenshot zu dem King George Special seht ihr hier. Das, wie gesagt, ist ein neues oder ein unbenanntes Projekt, welches auf jeden Fall wieder sehr, sehr gut aussieht. Wir lassen uns sehr überraschen, was das Ganze mit sich bringt. Dementsprechend halten wir euch da auch wieder auf dem Laufenden, sobald wir hier neue Infos zu haben. Und das war es tatsächlich jetzt auch von unseren News. Wahnsinn! Ist ja doch noch ein bisschen was zusammengekommen hier. In der letzten Folge waren wir zu schnell. Jetzt haben wir uns mal ein bisschen Zeit gelassen. Ich hoffe, das ist ein bisschen angenehmer für euch, dass wir das Ganze nicht so schnell durchkommen müssen. Jetzt noch einen kleinen Anmerk. Die nächste News wird wahrscheinlich nicht am Sonntag kommen, da ich jetzt für einige Tage nicht zu Hause bin, kann ich dementsprechend nichts vorbereiten, was die ÖPNV-News angeht. Ich habe zwar einen Laptop, aber dieser Laptop verfügt natürlich nicht über ein Mikrofon oder die Ausstattung zumindest, die ich halt zu Hause habe. Deswegen kann es sein, dass die News eventuell Sonntagabend erst erscheint oder im schlimmsten Fall sogar erst Montag. Wir haben uns überlegt gehabt, die News eventuell komplett zu verschieben, das Ganze denn auf das Wochenende da drauf zu packen. Dementsprechend hätten wir aber hier eine News, die locker mal 20 Minuten lang sein dürfte, wenn wir da Content von zwei Wochen reinpacken würden. Haben wir uns dagegen entschieden, dementsprechend wird sie, wie gesagt, Sonntagabend oder denn im Laufe des Montags denn erscheinen. Wenn ihr ein Projekt noch habt, welches ihr ankündigen möchtet, dann nutzt gerne die Chance, schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns per Discord, Instagram oder Twitter an, schickt uns Bilder, einen kleinen Text vielleicht noch dazu und dann könnt eure News hier eventuell schon in den nächsten News mit drin sein. Wir würden uns natürlich sehr, sehr drüber freuen, neue Projekte hier ankündigen zu dürfen. Deswegen, wenn ihr da ein Projekt habt, welches ihr loswerden möchtet, dann schreibt uns gerne an. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Sonntag. Wir sehen uns dann zu den nächsten ÖPNV News dann wieder. Verabschiede mich jetzt, bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!